hallo zusammen wir probieren jetzt mal x rebirth aus ist ein weltraum spiel und wer es kennt oder nicht der link ist in der video beschreibung wer sich das ganze mal holen möchte ich mache jetzt mal so ein kurzes wie will ich es nennen angespielt oder so weil ich spiele zwei drei parts und ihr könnt euch mal angucken das sollte am anfangs ziemlich vor back gewesen sein mittlerweile ist es version 125 da soll das eigentlich ganz gut sein und das hat mich eigentlich schon mal immer interessiert weil früher habe ich sowas relativ oft gezeigt so wegen kommandern und kram aber ist ja latte wir gehen jetzt einfach mal rein neues game und die kampagne freie spieler wohl auch machen hat man nicht so viele so viel story glaube ich und dann kann man so den weltraum erkunden und unsicher machen jetzt ich bin gespannt wie lange das dauert dieser einführung weil am anfang bekommen immer so eine kleine einführung bis man dann an einem punkt angelangt ist wo man dann keine ahnung richtig geil zocken können so ich bin sehr gespannt so 90 40 und jetzt lädt schon mal lange der weltraum ist oh enzyklopädie eintrag historische schiffe stolz von albion dieser von john ferko im jahr 29 32 gebaute schiffsprototyp stellt ein meisterstück dar das auf bauplänen des ingenieurs balaji basiert seine vielseitigkeit in punkto antriebsleistung und waffen schild und höllentechnologie hätten ihn eigentlich zu einem erstklassigen schiff für das militär gemacht das modell schaffte es allerdings nie bis zur serienreife da der bau der grundkonstruktion mit erheblichen kosten verbunden war wieder zu teuer der einzige prototyp wurde von der agonischen regierung aufgekauft und spielte eine große rolle im terraner konflikt und der blutarch revolution in albion wo er für den teller die veranlost die sanus huonas den ersten registriert war also scheiße zuletzt wurde das schiff in einem massiven gefecht gegen die blutarch mining corporation gesehen wo es wohl schwer beschädigt und anschließend als im kampf vernichtet eingestuft wurde noch ist sie nicht zerstört ich denke da habe ich ein update für die enzyklopädie enzyklopädie eintrag revolution in albion sofort nach dem überraschenden massiven versagen der tore im jahr 29 47 unternahm die blutarch mining corporation im albion system einen putsch versuch gegen die dort stationierten streitkräfte der agonischen regierung da die agonischen verbände keine möglichkeit hatten verstärkung aus anderen systemen zu erhalten war es ein leichtes für die streitkräfte der pmc sie zu besiegen daraufhin richtete pmc eine übergangsregierung ein erfolgreich wohlstand fortschritt und sicherheit für alle bewohner des albion systems zu schaffen weil diese grafik spaxe sind normal ist glaube ich gesperrt wo ich gerade gucke ja ja das habe ich doch schon tausendmal wäre ja ich verstehe dich laut und deutlich okay wähler aus den verfügbaren gesprächsorzium aus voll klein ich glaube da drüben ist eine andere vorrichtung ich bin mir aber nicht ganz sicher ob sie funktioniert ich komme schnell rein okay jetzt stehe ich wohl auf gehe durch die tür gehe durch die nächste tür und ich glaube das habe ich schon mal angezockt und die dialoge sind jetzt echt geil hey alles in ordnung ja mir geht es gut danke wie bist du in dieser kapsel gelandet ich wurde im highway angegriffen es ging alles so schnell sie könnten immer noch in der nähe sein du war so supergeile schauspieler wir können zunächst gelegenen station fliegen aber es wird eine weile dauern wenn sie mich verfolgen dann haben wir ein problem lass mich nachsehen ja genau lass mich nachsehen weiß die kommt auf ein schiff auch cool alles klar okay die maus alter ich muss da ganz kurz einstellungen los und zwar die steuerung weltraum plattform menüs weltraum 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 plattform menüs plattform okay das ist die sense die sense muss runter gieren und nicken alter ich glaube zwar nicht dass hat jetzt unbedingt die maus geschwindigkeit hier beeinträchtigt beim laufen aber ich bin gespannt aber war noch was anderes hatte ich hier noch mal ganz kurz rein müsste ganz kurz dabei sein steuerung controller joystick welt und egal okay wir gehen weiter aber interessant das kann noch mit joysticks spiel ich glaube die hallo also linke maustaste diese flugspiele oder generell weltraum spiel sind wir dem joystick sowieso prädestiniert wenn das ein ausgeklügelter versuch sein sollte mein schiff zu klauen dann hättest du besser gewartet bis ich meine reparaturen abgeschlossen habe du machst keine witze das ding sieht wirklich schlimm aus du bist ingenieur techniker ich arbeite für herz von albion und führe sicherheitsüberprüfungen in arbeitsbereichen wie schiffen produktionslinien oder ähnlichen dingen durch jesha taren ren otani und wenn ich mich nicht irre ist dass hier die stolz von albion du kennst deine schiffe ich habe es hier in der nähe aufgelesen seitdem versuche ich es wieder in schuss zu bringen ein spaßvogel dachte wohl es wäre lustig die schiffseidie zur albion skunk zu ändern ich sollte wahrscheinlich meine leute wissen lassen dass es mir gut geht damit kann ich dir nicht helfen ich bin hier weil ich nach einem hochleistungstransmitter gesucht habe ja stimmt es ist wohl das beste wenn wir zu einer station fliegen warum hat hier so ein komischer ausschnitt die antriebe etwas aufgewärmt habe drücke leer um die maussteuerung zu aktivieren deaktivieren dann fliegst du in die richtung des mauszeigers das ist eine geschwindigkeitsanzeige drücke leer um schlussmodus zu deaktivieren drücke x zum beschleunigen und y zu verlangsamen ok volle energie ach cool mit q und e kann hier so ein bisschen gier ist das gieren oder ist das nicken das passiert eigentlich nur wenn einige pmc schiffe den highway verlassen fast fertig wusstest du eigentlich dass dein turbo antrieb außer betrieb ist ja der hat noch nie funktioniert legt wohl an moment turbo offline genau hat die mal eben repariert aber egal ich glaube ich habe dieses wunderschöne schiff was da hast du das waren sicherheitskräfte von pluta ich so eine provokation direkt vor deren augen ist eine schwachsinnige idee entspann dich sie werden nicht so schnell aufholen pass auf ich habe einen freund auf einer nahegelegenen station bringen mich dorthin und wir bekommen die meisten unserer systeme wieder in gang schau dir das an versuche es die manövriertriebwerke sollten jetzt besser reagieren also das hier oder was oder was meint jetzt ich habe keine ahnung halte tab gedrückt um den turbo zu aktivieren und längere distanzen schnell zu überwinden aber wo soll ich denn hin wir gehen mal zu der kann ich nicht erkennen ach so dass meine quest repariere albions gang gut wie hast du das gemacht hälfte deiner systeme befand sich im abgesicherten modus ist sie in einen kampf geraten sie ist so seit ich sie gefunden habe wie wäre es wenn wir dich zur station bringen fliege zu schlafender riese schlafender riese ist da ok dann fliegen wir noch mal hin 17 kilometer und ab geht es sollte vielleicht auch mal normalgas geben wir haben noch mal x oder x ach so dass mein schub aha ich verstehe okay ach so jetzt habe ich meinen mauszeiger hier okay und wieder an und wieder weg egal wir rasen erst mal hin kommen das glaube ich der highway davon habe ich mal gehört doch jetzt geht das richtig ab ok nochmal drücken also man kann turbo drücken solche machen man die zielanzeige gibt an wie weit du von deinem ziel entfernt bist ok ah wenn ich turbo macht dann dann bin ich irgendwie schneller auch ein geist zitat twitter wenn ich turbo macht bin ich schneller muss jetzt hier raus weil hier ist auch irgendwo was ich mal hier hier da geht irgendwie sondern so eine anzeige nach unten sieht so aus dort voraus ist die ödland kolonie nicht gerade ein quell der luxuriösität aber einladend genug warte ich wollte mal einmal reduzieren einmal herum gucken ok ich glaube da war mal ein planet schiff kann auch ganz schön schnell sich drehen hat wie ein bisschen komisch egal mal gucken was dahinten ist wie gesagt früher so winko man und so wie echt oft gezockt hat das oft sogar durch also hoch runter und energie noch mal ein bisschen schneller 4 km 3 km 2 km hülle 100 prozent lager 0 war ein system neutral interessant ich will jetzt rein los doppelklick auf das markierte symbol und wähle andocken an der das dokumenten abholung ach so hier gibt es eine quest zu machen ablehn ich gehe jetzt erst mal zu der haupt story ich will aber da rein da ist da war jemand da ich bin zu weit weg produktionsmenü ok das ist doch noch ein bisschen konfus gut wir fliegen mal weiter rein wir müssen glaube ich näher dran um da mal zu landen ok ich glaube ich bin gleich kaputt oh brems ok was gibt hier genau da klingt andocken läuft schon der hat aber eilig karte ödland kolonie die ödland kolonie zählt zu den ältesten einrichtungen in albion ursprünglich ein sehr ertragreicher gewaltiger asteroid der von der plutarch mining corporation im jahr 29 42 kolonisiert wurde bis zum tag an dem albion aufgrund des versagens die tue vom rest des universums abgeschnitten wurde die er als inoffizielle hauptstadt du möchtest also dass ich diese alte schrottküste kostenlos wieder zusammenflicken es ist nicht allzu viel und ich denke dass ich mir ein paar gefallen verdient habe du hast einen genau einen gefallen du machst mehr ärger als dass du mir nützt ok Junge ich bringe dein schiff in einen vernünftigen zustand es schließt waffen mit ein sagst also besser niemanden woher du sie hast es gibt hier einige komponenten die ich nutzen könnte zieh dich nach ihnen um während ich alles vorbereite ich überlasse euch jungs da mal diese aufgabe krass ok das macht die jetzt weil ich die irgendwie mitgenommen habe oder keine ahnung bleibe ich hier gerettet kann ja sein maschinenteile öffne kisten um belohnung zu erhalten ich habe maschinenteile aufgesammelt ok 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 haben wir noch mehr kisten alter wie viele leute hier rumstehen man kann mit allen reden rennen kann ich nicht obwohl ich renne glaube ich sowieso schon technikerin hallo pilot was kann ich für sie tun ich möchte sie anheuern negativ ok ja worum geht's wo finde ich der polizeichef service äh bewerber händler zurück ne hab ich ja bock drauf bis zum nächsten mal also ich halte mich glaube ich erstmal an die quest das sprich mit helles heissen derby das heissen derby wenn wir das hier schon machen machen wir es lieber richtig solltest an bord gehen und dich auf einen testflug vorbereiten ja das flug ich habe nicht den ganzen tag zeit probier dein schiff aus ja weiße wort du kannst die station durch öffnen von hauptmenü mit enter und außer 5 5 verlassen ah 5 5 ah ich denke man kann auch die zahlen drücken was vielleicht gar nicht so schlecht ist aber wir sitzen mit einem schiff mit meiner neuen freundin Systeme sehen gut aus Waffen arbeiten lass uns das Zielsystem einem kleinen Test unterziehen Stationskontrolle an Ren Otani sagen sie mir dass das Licht beabsichtigt war die gelben Symbole sind Missionsziele du kannst sie auswählen oh oh nein oh nein oh nein was kann ich denn so drehen oh warte ich flieg einfach mal das geht voll schnell ohne scheiß ah jetzt weiß ich oh witzig ich war nicht drin so warte ich kann sie auswählen dann bremse ich mal eben obwohl 3 km entfernt ich wähle sie einfach mal aus ob die Waffen funktionieren warte bremsen boah sind da viele Knöpfe mit dem Bergbau Laser sollte es schneller gehen wenn dann Waffe überhitzen muss ich sie abkühlen ah ich seh schon MW Puls Laser MK1 okay ich flieg aber mal näher dran dass irgendwie immer nur zu weit weg drücke N um die Waffe zu wechseln mal gucken was da kommt ah Bergbau Laser wow es ist eine Schande dass du kein Großschiff mit Sammler drohen hast die Mineralien in diesen Felsen werden in vielen Industrien genutzt das ist ja geil wenn du äh also man kann Sammlerschiffe haben und dann kann man die die Sachen einsammeln lassen schafft jemanden zu kontaktieren ja sie wissen dass es mir gut geht ich hasse es eine Last zu sein aber könntest du mich zu ihnen bringen es ist nicht weit von hier geht nicht Anne geht klar da wenn man sieht wie gut die Skunk läuft ist es das Mindeste was ich tun kann danke ich markiere den Ort in deinem Leitsystem wir treffen dort ein Herz von Albion Schiff das mich aufnehmen wird achso achso ich dachte er fliegt von alleine was machst du beruflich nichts von Dauer hier und da ein Job eher nur Zeitvertreiber als richtiges Geld verdienen ein Freiberufler also nicht der schlechteste Job wenn man genug Arbeit finden kann mein Vater arbeitete jahrelang für die Plutarchmining Corporation ich habe erlebt wie er immer gestresster und gereizter wurde daher entschied ich dass das Unternehmensleben das so dass den halben 200 km oh was habe ich denn gemacht bitte achso da sind ah da sind neun Spuren wollt ihr mich verarschen oder wann in 80 km weißt du bei der Geschwindigkeit hier ist ja wahrscheinlich nix so jetzt fliegen wir da hinten mal raus irgendwo ja du bist gut wie mach ich das denn wir sollten jetzt zum anderen Highway rüberfliegen fliege zu aufstrebender Miene ich würde sagen der erste Part ist hier rum wenn euch der Kram gefallen hat gibt einfach mal einen Daumen hoch und dann sehen wir ob es noch ein Part gibt ich würde sagen wenn euch das Spiel soweit anspricht guckt mal in der Videobeschreibung dort ist ein Link dazu ist gar nicht so teuer und ja also haut rein bis im nächsten Part tschüss tschüss